Wir sind wieder auf der YouTuber-Insel und heute ist es wirklich krass, Digga, wenn ich Tab drücke. Ihr seht es schon, Awive HD ist auf der Insel. Ich frage mich nur, was der hier macht tatsächlich. Okay, Awive ist jetzt hier in dieser schwarzen Festung und wir werden ihn hier gleich überraschen. Ich will ein bisschen Lazzoli. Okay, steht da ein Schild. Mit drei A... Herzlich willkommen, Awive! Ich hab dich schon erwartet. Was geht? Was geht los? Ich glaub, du hast einen neuen Namen bekommen. Ich hab da einige Spione im Land. Ich bin nicht mehr, sag ich mal, so schlecht, wie du denkst, ne? Weiß ich jetzt ja nicht, also... Hä? Ne, was geht's? Sag doch erstmal Hallo, Bro. Wir haben uns seit zehn Jahren nicht mehr gesehen. Ja, wieso kam da nichts von dir? Genauso wie mit Siu, hä? Sag dir ehrlich, steckt alle unter einer Decke, ey. Bro, ich weiß nicht, ob du es noch weißt, aber bei YouTuber-Insel-Insel hast du meine komplette Base zerstört? Was erwartest du denn? Waren das nicht die Noob-Krieger da mal? Ja, ich kriege gleich Noob-Krieger. Komm, wir klären, wer Noob-Krieger ist, oder? Hey, 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 hä? Willst du Beef oder was? Okay, Awive dreht richtig durch. Die Dinge laufen ab jetzt ein bisschen anders. Oh! Wir sind nicht mehr alleine. Chill, chill, chill. Wir sind nicht mehr alleine. Alles gut, alles gut. Wie, alles gut? Jetzt bist du auf einmal leise, ja? Oh mein Gott, wie viele seid ihr denn? Geh in deine Ecke und kauer da. Komm, wo du hingehst. Chill, chill. Ach so, jetzt auf einmal ganz leise, oder wie? Guck mal, wie er zittert. Guck mal. Willst du verhandeln, der Weif, oder wie? Was? Was für verhandeln, Digga? Wir wollen doch einiges zu klären. Bro, du hast uns alles vom Stich gelassen. Ja, und deine Schuhe auch. Wir wollen die Hose. Deine Socken. Gib mir alles von dir. Die Socken. Gar nicht, aber nicht Kero. Ich würde sagen, Leute, wir können den auch erst für einen Alpha-Tower dahin bringen. Was sagt ihr da? Das ist ein guter Plan, Timi. Ja, ja. Was ist eure Mission auf der YouTuber-Insel? Oh, unsere Mission ist der Zusammenhalt, wisst ihr? Dass wir wieder das Gute in die Insel bringen. Sehr guter Zusammenhalt, ja. Ja, 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 ja. Was sind deine Missionen hier, hä? Ja, Bro, ich wollte gerade nur ein bisschen rumgucken und habe gehört, dass ihr hier alles kaputt macht und so. Ja, du wolltest... Wir machen gar nichts kaputt. Wir bringen alles in Ordnung. Wir reparieren. Das ist, was wir tun. Wir bringen die Ordnung. Wir sind eine richtige Rasselbande, ey. Kann ich jetzt gehen, oder was? Ey. Nein, du konntest mit zum Alpha-Tower. Los, Alpha, greift ihn. Komm. Wer greift ihn. Komm jetzt mit. Okay, chill, 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 chill. Okay. Ich geh schon. Du laberst mir ein bisschen zu viel. Lauf jetzt. Oh mein Gott, wir haben Alpha-Tower bei. Ja, okay. Wer ist da in die Lava? Wer ist da in die Lava gefallen? Nein, ist der Weif in die Lava gefallen? Ja, ich bin tot. Er hat einen Totem. Oh nein, er ist da unbekannt. Hier, ich habe Wasser. Ey, warte mal. Warst du nicht bei diesem Wasserkrieger oder so? Und der hat kein Wasser dabei. Wie peinlich. Was ist das mit dem Wasserkrieger? Wie ist das eigentlich von dir gekommen? Ey, ja, was soll ich dir sagen? Wir haben Wasserkrieger gegründet. Wow. Ja, krasser Name. Wasser oder normales Wasser? Okay, du wirst noch sehen, Timi. Wasserkrieger. Kämpft die Gegend, ist Wasser oder was? Was ist dein Name? Das sind Wasserbändiger. Oh, stark. Ich bin der alte Alpha-Clan. Was wollt ihr raus? Ja, jetzt lernt ihr andere Sachen kennen. Wir sind mittlerweile das Alpha-Unheil. Das Alpha-Unheil von Alpha-Stein. Stimmt, du, Digga. Timi, du kamst eh nur auf die YouTube-Einsel, weil der Admin dich draufgeholt hat. Sonst wärst du dir niemals draufgekommen. Ja, der Admin mag nicht, aber... Er hat uns hergebracht, dass wir reinigen sollen. Ganz toller Admin, der den anderen Admin hackt. Ihr seid echt... Hä, hallo, was redest du da? Ja, das war... Du verbreitest nur Lügen, ey. Du willst den Admin nur schlecht machen. Das sind Fake News. Bist du? Was stimmt doch gar nicht so? Junge, ich will dich in euren schmierigen Tower reißen. Rein jetzt! Ey, rein, 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 rein. Der ist nicht schmierig. Der ist überhaupt nicht schmierig. Der ist mir so viel. Die Wohneheizung ist auch an. Oh, Pischta ist auch da. Hey, Pischta, was geht? Junge, jetzt mal ganz kurz, wie viele seid ihr denn? Pischta ist auch auf unserer Seite. Es kann keiner mehr was mit uns aufnehmen. So viele sind wir. Bro, wir sind eine richtige Armee geworden. Wir salutieren auch alle und so. Ja, richtig. Los, rund ein Knast mit dir, los. Los. Geht schneller. Ja, ist gut. Ich wollte nur YouTuber-Nase mal wieder gucken. Ja, das ist die YouTuber-Nase. Dein Pech. Es herrscht neue Ordnung. Okay, Leute, sperrt ihn ein. Und ich will auf jeden Fall noch was haben. So geht das hier nicht, dass du einfach hallo sagst und nicht mal im Willkommensgeschenk gibst. Ja, jetzt auch noch Rippen. Hä? Rippen? Zum Beispiel deine Rose könnte ein gutes Geschenk sein. Gib Timmy etwas, was ihm würdig ist. Ja. Das kannst du hier haben. Hier. Was ist das? Hey. Willst du vor allem mal hier verrotten oder was? Wird er respektlos? Wird er respektlos, Timmy? Mach das weg, ey. Nein, nein, alles gut. Alles gut. Ich glaube, er wird respektlos. Mach mal lieber keine Faxen. Ich bin ein Huhn. Ey, der wirft uns die ganze Zeit so Dreck hin. Juki, das war Schwarmpulver-Stack. Was redest du? War das wirklich Schwarzpulver? Ja, ein Stack. Ja, ist eine Anzahl. Und dafür, was du uns weggenommen hast und wehgetan hast, ey. Uns in den Stich gelassen hast, ey. Du bist schuld, ey. Erzähl mal, was hast du sonst noch hier so? Ich will ein paar Sachen von dir haben. So geht das nicht. Ich hab noch alles verschenkt. Ich hab gar nichts mehr. Bro, wenn du alles verschenkst, dann kannst du noch mehr Sachen verschenken. Nein. Ich hab vielleicht noch... Aber ich hab keine Ender-Chests, ne? Deswegen leider. Und hier im Knast gibt's ja auch leider keine, ne? Also hätte jemand vielleicht hier eine Ender-Chests, könnte ihm jemand eine Ender-Chests kriegen. Ja? Bitteschön. Oho. Das ist ja ein Zufall. Und was haben wir alles drin? Ey, nicht, dass er sich ausrüstet oder so. Nein, 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 nein. Bro, ich vertraue dem. Kein Meter. Ich guck hier. Warte, ich mach grad. Ja. Leute, macht hier mal ein zweites Loch, damit man mehr sieht. Ja, wir machen gerade hier hinten. Wir machen gerade von hinten. Ey! Ja, okay! Du bist abgestochen von jeder Seite! Oh, oh! Oh! Oh, tt! 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 Hat er getründet? Junge! Wie respektlos! Hey! Ich komm gleich zu dir rein! Er braucht dich raus! Er braucht dich raus! Wo ist er hin? Wo ist er hin? Er ist weg! Bau auf! Das ist unter der Erde! Mach's auf hier! Wo ist er hin? Wo ist er hin? Er haut einfach ab. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Sind wir alle in einem Loch? Mein Wolf, bleib stehen! Bleib stehen! Bleib stehen! Mach keine Faxen jetzt! Ich hab ihn, Jungs! Jungs, kommt runter! Alles gut, alles gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Schnapp ihn hier. Alles gut. Ich wollte nur mal kurz gucken, wie der Keller aussieht. Alles gut. Siehst du, hier ist Josef. Alles gut, ja? Ja, das ist ein ziemliches Bruder, ich weiß. Ich geh wieder hoch. Okay. Er kommt, er kommt, er kommt! Lass hochgehen, lass hochgehen, lass hochgehen. Ja. Ich bin wieder hoch. Oh mein Gott, ey, was ist hier denn passiert? Schon wieder TNT hier gehört. Oh, hey Jungs! Junge! Ich muss dich hoch. Ja, ist gut! So, das musst du abbauen. Okay, okay. Und jetzt gehst du da wieder rein, Alter, und gib uns das TNT! Props gehen raus in den Alpha Clan, ihr habt einen sehr sicheren Knast. Ja, das ist doch sicher! Würde man die Sachen dir erstmal abnehmen! Aua! Verschließt du? Guck mal, ich geb dir alles, was ich habe, okay? Ja, okay. So, zack, mein ganzes TNT. Piszta passt hinten auf! 44 TNT, willst du mich eigentlich hochnehmen? Junge, ich hab doch alles Reini geschenkt! Das ist ja richtig viel. Das ist sehr gut zu wissen! Ja! Leute! Ey, was macht Piszta da? Was macht Piszta? Ey, Piszta! Ich hab nix gemacht! Ich hab nix gemacht! Wo ist denn hin? Wo ist denn hin? Okay, okay, okay! Okay, okay! Wir können dich vom lassen, Alter! Alles gut! Jungs! Ey, ich kann nicht dafür, wenn ihr nicht... Wer hat ihn jetzt befreit? Also, wer hat ihn jetzt befreit? Wie viel TNT hast du noch? Seid mal ehrlich, Herr Weiß! Seid mal ehrlich! Das war alles! Das war alles! Ich glaub dir keinen Meter hier! Ich will mehr! Das war alles! Bro, das war alles! Sündet ihr jetzt jemand das TNT bei ihm? Ja, ich kenn dich, Bro! Du liebst diese Schalker-Kisten! Mir kannst du nix vormachen! Du hast ne Elytra an! Das heißt, du warst im End! Äh, ja klar! Bro, hä? Ich hab hier... Natürlich, ich hatte alles! Ja, also! Siehst du? Aber ich hab alles verschenkt! Hör doch auf, mir so einen Quatsch zu machen! Der hat noch irgendwas! Irgendwas hat der noch, ey! Was machst du da? Der hat immer nass im Ende! Nix! Ich mach das Fenster! Junge, es ist wirklich... Ja, was soll ich denn machen gegen euch jetzt? Ihr seid zu 100! Okay! Ja, bleibt lieber hier drin! Oder du verrottenst hier für immer, Bro! Mir ist es egal! Du kannst doch hier für immer chillen! Alles gut! Bist du hier für immer gefangen! Und wir brauchen deine Hose! Ja, ihr kriegt... Ihr kriegt alles! Ihr kriegt alles! Ja? Ja, her mit deiner Hose jetzt! Wirklich? Dann drop! Dann drop! Ich fühl mich nicht wohl, wenn alle Seiten mir zugucken! Ja, okay! Dann lass ihn die Privatsphäre! Wir drehen uns kurz weg, dann kann er seine Hose ausziehen! Ich zieh mich weg! Ja, das ist sehr nett! So, du kannst deine Hose jetzt ausziehen! Alle gucken weg! Ja, ja! So, Moment! Hier, damit ihr mich dreht! Der ist so blöd! Der zieht sich wirklich aus! Und? Bist du schon fertig? Ja, warte! Mein Inventar ist voll! Mach den Gürtel jetzt locker da! Warte! Ich drop mir erstmal die ganzen Sachen! Der joggt ja richtig viel, Leute! Das ist richtig viel! Wie viele Hosen hat der denn? Das ist unsere Beute! Ja! Der hat mir ein bisschen zu viele Hosen! Ich halte dich, bist du bereit? Hä? Was? Alter, Ju! Auf Gefechtstellung! Was macht Ju hier? Hä? Auf Gefechtstellung! Ey, pisch da, du Verräter! Oh mein Gott! Ju ist hier! Ju ist hier! Ju ist hier! Mach die fertig! Alle aufs Schuh! Hey Ju, lass durch! Lass durch! Lass durch! Bei mir! Die sind viel zu viele, Bro! Wir sind zu viele! Oh, sorry! Wir sind hier! Bro, wir müssen... Alle sind hier! Lass raus, raus! Lass direkt! Kommt noch auf die! Sehr gut! Schick sie rein! Schick sie weg! Mach sie fertig! Geht weg von hier! Ihr seid viel zu wenige! Lass euch hier nie wieder blicken, ey! Warte mal, wo ist der Wife? Wo ist der Wife? Der ist weg! Der ist weg! Der ist weg! Sie haben ihn befreit! Sie haben ihn befreit, ehrlich? Sie haben ihn befreit! Nein! Aber Leute, ich konnte nichts machen! Ich hab nur noch vier Herzen, Alter! Das ist echt kritisch! Du hast keine Kräfte mehr, Timmy! Wo ist Pisch da? Wo ist Pisch da, Leute? Wo ist Pisch da? Der hat ein Wife frei gebaut! Pisch da hat einfach ein Wife frei gebaut, Leute! Wie, Pisch da hat er Wife frei gebaut? Ja, hat er! Die werden uns wieder verraten, oder was? Er hat ihn vorher schon befreit und jetzt schon wieder! Ab jetzt ist Pisch da vogelfrei! Seh ich, seh ich gut! Seh ich genauso! Alter, und wir müssen uns ab jetzt richtig ausrüsten! Ich glaub, wir haben nicht mehr die Hilfe von Admin! Vielleicht müssen wir alles selber machen! Aber wir halten zusammen und wir kriegen das hin! Alpha Unheil! Alpha Unheil! Alpha Unheil! Alpha Unheil! Ah! Leute, check dir das! Wir haben einfach ein Wife festgenommen und die mussten befragt werden! Und er wollte seine Hose ergeben, er hatte Schiss, man! Die Laufbrüder kamen! Das haben wir gut gemacht, Leute! Ich bin stolz auf euch! Wir bekommen seine Hose! Wir bekommen seine Hose noch! Wir haben viel zu viele Hosen! Jawohl, 1-0 für den Alpha Unheil! Timmy ist unser Anführer! Timmy! 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 Ja, so sieht's aus! Strengt euch gut an! Dann gibt's bald meine zweite rechte Hand!